Wenn die Toten des Krieges wieder zählt, euer Gold in der Hand, die auf den Tod nie möchte... Ich habe eine andere Sorge, Prinz. Woher die Arbeitskräfte? Wir brauchen eine Million. Manche werden sterben. Und unser Volk, so höre ich, ist nicht begeistert von dem Plan. Umso besser. Wieso? Umso billiger. Wer nicht begeistert ist von unserem Plan, ist unser Feind. Und somit Zwangsarbeiter. Ihr glaubt an einen Gott? Tja. Was soll ich dazu sagen? Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Exzellenz. Das Atom ist teilbar. Wir haben neuerdings die Wasserstoffbombe. Was heißt das? Das heißt, andere haben sie auch. Und das ist das Gute dran. Der nächste Krieg, den wir als unvermeidlich erklären, wird der letzte sein. Masse ist eine ungeheuerliche Ballung von Energie. Und wehe, wenn sie losgeht. Fürchtet euch nicht vor der Zukunft, meine Getreuen, denn so, wie es ist, wird es bleiben. Wir werden jede Zukunft verhindern. Wir mit eurem Wissen, was kommt dabei heraus? Wenn ein Mensch geschunden wird, eine Zigarette anzünden. Darf ich die Herrschaften bitten, die Polonaise beginnt? Was weiß ich nicht? Doch etwas ist geschehen. Hat denn ein Intellektueller jemals das Verhängnis abzuwenden vermocht? Nur weil er es voraussieht? Nee? Ja? Nein? Nein! 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 Vielen Dank.